Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Kriegsmatrone anzunehmen bei Rokan in Zuldazar, an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an, dann zeige ich euch auch ein bisschen die Umgebung. Sollte zu finden sein, denke ich. Nun begebe ich mich zu Kriegsmatrone. Anwehrmobs sind auch im Weg, aber wie man sieht, habe ich NPC-Hilfe dabei, die ziemlich gut Schaden machen. Ja, dann pulle ich auch den hier. So, weiter geht's. Und hier sieht man den Quest-Gegner, Kriegsmatrone Shazraka. Ich mache hier auch die Map auf. Hier sieht man auch die Position. Ist direkt vor mir. Zweife nun an. Dem Sturm hätte man ausweichen können. Habe ich verpennt. Aber egal. Event tut sie auch. Und Quest-Mob ist tot. Quest ist dann abzugeben bei Rokan in Zuldazar, an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao. I Round 12 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.